So Freunde, das Abenteuer kann beginnen. Ich befinde mich im Zug in Richtung Königshorsthausen, wo ich dann morgen von meinem Opa nach Berlin gefahren werde, um dort in den Flieger zu steigen, dort dann nach Abu Dhabi zu fliegen, um von Abu Dhabi dann nach Japan zu fliegen, um in Japan in Osaka eine Nacht zu übernachten, um dann nach Takahama zu fliegen. Wir haben heute den vierten und ich werde tatsächlich erst am siebten an meinem Hauptziel ankommen. Es gibt ein großes Problem, mein Handgepäck. Ich habe leider einen Fehler bei der Buchung gemacht und habe nur sieben Kilo Handgepäck frei, was mit meinem ganzen Kamera-Equipment nicht funktionieren wird. Das heißt, heute heißt es noch Koffer wiegen, alles rausschmeißen, was nicht mit muss und ich hoffe, dass ich dann morgen tatsächlich mit allem in den Flieger komme. Ansonsten wird es sehr, sehr teuer und sehr, sehr kritisch. Ihr dürft gespannt sein. Ich habe jetzt noch zwei Stunden Zugfahrt vor mir und dann morgen und übermorgen und überübermorgen. Natürlich muss man an der Stelle auch erwähnen, dass die Bahn jetzt eine Stunde Verspätung hatte. Das heißt, ich habe eine Stunde am Bahnhof gestanden, zum Glück war Lilly auch da. Die hat ein bisschen auf mich aufgepasst, kann man sagen. Ich bin jetzt also mit meinem ganzen Sack und Pack hier und da in der Bahn, die 50 Minuten, nee, mehr, eine Stunde Verspätung hatte. Und jetzt geht es endlich nach KW. Ich dachte eigentlich an der Stelle, müsste ich die Kamera nicht nochmal abmachen. Aber wir haben es jetzt 20.30 Uhr und meine Ankunftszeit in Königs Westerhausen hat sich verschoben auf 21.03 Uhr bisher. Das heißt, ich bin seit 16.30 Uhr, um 16.30 Uhr bin ich losgegangen. Und wenn du um 21 Uhr ankommen, ist es die gleiche Zeit, die man braucht, um ungefähr von Hiroshima nach Tokio und Japan zu fahren. Und das ist auf einem anderen Level verrückt. Ich bin mega müde, ich habe mega Hunger. Dieses Abenteuer beginnt tatsächlich heute schon. Ich hatte gehofft, dass es erst morgen mit dem Flug beginnt. Wir haben heute noch den vierten. Und ich komme erst am siebten an meinem Hauptziel an. Ich habe Angst. Es gibt noch viele Hürden zwischen jetzt und dem Ankunftsziel. Da ich jetzt auch schon mega Hunger hatte, freute ich mich wirklich auf KW. Das mit der Bahn und der Pünktlichkeit in Deutschland, naja, das ist man ja jetzt leider auch schon ein bisschen gewohnt. Von daher hier keine Überraschung. Der erste Teil der Reise ist geschafft. Ich wünsche euch eine wunderbare Nacht. Ich bin jetzt in KW angekommen, muss jetzt auf meinen Opa warten. Der ist jetzt leider noch ein bisschen zu spät. Aber es ist nicht schlimm. Wir haben es jetzt nach 21 Uhr. Ich bin mega hungrig, werde gleich was essen. Gute Nacht, Freunde. Wir sehen uns morgen. Hey, moin Freunde. Heute ist der Tag der Abreise. Wir haben es jetzt 9.20 Uhr. Ich habe relativ gut geschlafen. Ich bin ja das erste Mal seit meiner Kindheit wieder bei meinem Opa und habe bei meinem Opa geschlafen. Irgendwie auch mega witzig. Es ist jetzt kurz nach 9.00 Uhr. Es wird heute so gegen schätzungsweise 13 Uhr losgehen. 14 Uhr ungefähr will ich am Flughafen sein, weil 16 Uhr mein erster Flug geht. Ich habe euch ja gesagt, dass ich noch große Probleme mit dem Gewicht meines Gepäcks habe, weil ich nicht richtig hingeguckt habe bei der Airline. Ich habe jetzt versucht, den ganzen Morgen meinen Koffer, also meinen Rucksack, auf das erlaubte Gewicht zu bringen. Ich bin jetzt beim Rucksack bei 8,25 Kilo. Sieben sind erlaubt. Ich weiß es nicht. Ich kann aber auch nichts mehr rausnehmen, bin ich ehrlich. Es ist jetzt wirklich reduziert auf mein Laptop, meine Kamera mit einer Linse, zwei Kamera-Akkus, drei GoPro-Akkus und die Drohnen-Akkus. Ich habe die Drohne, ich habe die Kamera-Filter, ich habe die große Zoom-Linse tatsächlich jetzt in den Koffer gepackt. Und hoffe einfach, dass das gut gehen wird. Ich habe alles in Kleidung eingerollt, also ich hoffe, dass das was wird. Der Koffer liegt jetzt tatsächlich bei 23, irgendwas Kilo. Lass es 24 sein, also 1 Kilo hätte ich noch Luft. Ich habe aussortiert das kleine Tamron-Objektiv. Da bin ich am überlegen, ob ich es auch einfach noch in den Koffer packe. Dann wäre der Koffer sozusagen auf seinem Maximalgewicht. Ich habe aussortiert... Oh, warte mal. Der Tee ist ready. Ich muss den Tee mal kurz mal an. Opa hat Tee gekocht und der war jetzt kurz fertig. Da wollte ich jetzt natürlich kurz mal den Timer ausstellen, weil der hat richtig gepiept. Ja, also ich glaube, das Tamron-Objektiv packe ich definitiv noch in den Koffer. Weil ich möchte nicht darauf verzichten. Es ist ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv. Ja, ich will eigentlich nicht darauf verzichten. Ich habe diese Akku-Vergrößerung für die Kamera. Da kann man noch zwei zusätzliche Akkus reinstecken. Die habe ich jetzt aussortiert. Ich habe aussortiert den Akkulader für die Akkus für die Kamera. Der wiegt relativ viel mit seinem Kabel. Dann werde ich die Kamera einfach so laden. Und ich habe aussortiert die Powerbank. Ich weiß noch nicht, ob mir das das Genick brechen wird. Ich hoffe auf Steckdosen an allen Flughäfen, auch in Abu Dhabi. Da bin ich ja über Nacht sozusagen am Flughafen. Also aussortiert ist auch diese Powerbank. Die wiegt natürlich einen Haufen. Das ist alleine ein Kilo, würde ich sagen. Oder 800 Gramm oder sowas auf jeden Fall. Wird es klappen? Ich weiß es nicht. Ihr werdet es sehen. Denn die nächste Szene wird sicherlich dann irgendwann am Flughafen sein. Vermutlich nochmal vor dem Check-in. Definitiv dann aber nach dem Check-in. Alles gleich. Kleines Update. Koffer ist auf jeden Fall eingecheckt gerade. Das hat schon mal funktioniert. Jetzt muss ich nur noch mein Security-Check-in überleben. Service war so, ja okay, keine Ahnung. Man hat mich zum Beispiel gefragt, haben Sie schon dieses Declaration-Form für Japan ausgefüllt? Da habe ich gefragt, ist es nicht normalerweise das, was man im Flugzeug bekommt? Keine Ahnung, kann ich Ihnen nicht sagen. Müssen Sie einfach ausfüllen. Ich sage, okay, haben Sie vielleicht noch einen Tipp für mich, wo ich das finde? Ja, müssen Sie im Internet eingeben. Ich sage, okay, muss ich das dann ausdrucken und einfach nur bei mir führen? Keine Ahnung, müssen Sie sich mal koningen. Wenn ich sage, okay, alles klar, dann mache ich das. Weiß es nicht, also kenne ich nicht. Ist mir jetzt neu, werde ich vielleicht gleich nochmal nachfragen. Ich habe jetzt Security-Check-in vor mir. Ich bin gespannt. Jetzt geht es mit dem Handgepäck los, Kamer-Equipment. Viel ist jetzt im Rucksack. Viel ist jetzt nicht mehr im Rucksack, sondern im Koffer. Und ich bin echt ein bisschen zittrig, ob nachher in Japan alles heiler ankommt. Aber das werdet ihr sehen. Ab geht's. Kontrolle habe ich überlebt. Überhaupt kein Problem. Die chilligsten Sicherheitsmitarbeiter, die ich in meinem Leben je gesehen habe, die waren richtig cool. Muss ich wirklich sagen, Props gehen raus. Richtig coole Leute. Richtig spannend waren die gewesen. Ich bin jetzt froh, dass es geklappt hat, dass alles lieb und nett war und ich durch bin. Die Frau nach mir wurde auf Sprengstoff kontrolliert. Alarm. Polizei ist rauf. Die sind jetzt da vorne. Die meinten, kann passieren. Wird jetzt auf jeden Fall kontrolliert. So. Also, ja, mach jetzt meinen Weg erstmal zum Geld. Update kommt. Um ganz ehrlich zu sein, werdet ihr wahrscheinlich gleich merken in den folgenden Videoclips, dass es mir gar nicht so gut ging. Ich habe ja relativ viel Flugangst und ja, mein Magen wollte an diesem Tag wirklich nicht so richtig mitmachen. Oh, okay, das ging jetzt schnell. Ich habe mein Boarding verpasst. Ich hatte Kopfhörer auf. Und Zone 1 war schon, ich bin Zone 1. Puh, jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt ist hier Stau, weil alle mit dem Handy spielen. Ja, geht los. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich fliege ja nicht so gerne. Magen rebelliert auf jeden Fall richtig hart. Aber da muss man durch, wenn man lang fliegen will. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich noch für mein Gepäck oben im Fach noch einen Platz bekomme. Oder ob das schon wieder alles belegt ist. Es ist ja gerne immer belegt. Cool. Los geht's, Freunde. Los geht's. Das ist mir in dem Moment noch eingefallen. Ich habe ja jetzt keine Powerbank bei und habe mein Telefon nicht mehr geladen. Ich habe jetzt 80 Prozent. Ich werde damit filmen und ein bisschen Musik hören. Aber glücklicherweise haben die Drohnenbatterien. Das Case ist wie eine Powerbank. Also ich bin gespannt, ob es reicht. Die sind leider auch nicht geladen, die Drohnenakkus. Das heißt, ich habe vier Akkus, die sind zusammen gerade mal voll wie einer. Also das heißt, wenn ich dann lande, muss ich irgendwie alles aufladen und dann hoffen, dass die Batterie reicht. Da muss an alles fangen. Da an alles. Unglücklicherweise trat im Flugzeug wirklich der schlimmste Fall ein und es ging mir den ganzen Flug über ziemlich schlecht. Ich war wirklich froh, dass ich ausgestattet war mit genug Medikamenten, um mich zumindest mindestens damit ein bisschen zu versorgen und meinen Magen in den Griff zu bekommen. Was meine Kabel anging, hatte ich hier in diesem Flieger noch richtig Glück, weil die tatsächlich einen USB-C Anschluss hatten und ich so meine ganzen Geräte laden konnte. Meine Befürchtung, dass ich also ohne Handy im Flieger sitze und nicht mal Spotify habe, um mich abzulenken, wurde hier tatsächlich noch nicht wahr. Schlafen konnte ich auf diesem Flug noch nicht so wirklich. Aber ich muss sagen, dass alle Mitarbeiter im Flugzeug wirklich extrem nett waren und den Flug wirklich einfach gemacht haben. Für jemanden wie mich, der sich im Flieger nicht so richtig wohlfühlt. So Freunde, ich bin jetzt gelandet. Ich bin recht müde und suche jetzt mein Transfergate. Ich bin jetzt in Doha. Ich war hier noch nie, glaube ich. Es ist ziemlich viel los. Ich muss jetzt gucken, dass ich nochmal einen Security-Check mache. Wasser muss ich jetzt wieder auskippen, aber ist egal. Und ja, hoffe, dass ich hier auch genauso easy durchkomme wie in Berlin. Bin echt richtig platt. Ich erzähle euch gleich, warum. Ich bin in meinem Leben vorher noch nie in Doha gelandet, hatte aber schon so ein bisschen so eine Vermutung, in welche Richtung es am Flughafen gehen würde. Und ja, ziemlich viel dreht sich hier ums Geld und Luxusgüter. So Leute, ich bin jetzt, ich habe mich jetzt hier hingesetzt. Ich habe mir gerade für 7,47 Euro ein Sandwich gekauft. Ich habe jetzt gerade mega Hunger. Musste ein bisschen suchen, dadurch, dass ich ja Laktoseintolerant bin. Bisschen schwierig, muss ich sagen. Viel mit Käse und so. Ich bin richtig, richtig müde. Ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Magen. Und mir ist auch mega schlecht gewesen. Ich habe ja eh so ein bisschen mit Reisen. Das ist ja immer nicht so meins mit Fliegen und so. Lärme mag es nicht glauben. Aber ja, heute war irgendwie richtig krass. Also ich musste mehrere Tabletten nehmen. Ich habe zum Glück Reisetabletten beigehabt. Magen hat sich dann beruhigt. Jetzt habe ich aber mega Hunger. Muss auf jeden Fall versuchen, was zu essen. So, ich muss jetzt drei Stunden aushalten. Dann geht mein Flug. Und er geht dann nochmal neuneinhalb Stunden. Also wir haben jetzt den größten Teil der Reise noch vor uns. Und ich bin schon echt platt, muss ich sagen. Ich habe Kopfschmerzen. Also mal zu essen, was trinken. Mein Geld suchen. Versuchen vielleicht ein bisschen zu pennen. Ja, das ist der Plan. So Leute, ich bin jetzt am Gate. Hier sind doch schon die ersten Japaner auf jeden Fall. Sehr gut. Geht los. Jetzt nur noch irgendwie drei Stunden rumdringen. Ich werde gleich mal versuchen, die Augen zuzumachen. Ich bin richtig müde. Ich habe schon 15 Mal schon gesagt. Aber es ist cool. Jetzt sind auch endlich wieder Japaner am Start. Und dann ging alles auch relativ schnell. Ich konnte noch ungefähr eine halbe Stunde pennen. Dann ging es in den Bus zum Flugzeug. Als ich dann im Flieger war, war ich schon richtig, richtig müde und freute mich auf ein bisschen Schlaf. Jetzt kannst du wirklich losgehen. Ich bin im Flieger und ich habe jetzt neuneinhalb Stunden vor. Von diesen neuneinhalb Stunden gibt es nicht einen Videoclip, weil ich unerwarteterweise tatsächlich geschlafen habe. Das ist mir vorher am Flieger noch nie passiert. Jetzt bin ich aber endlich in Japan. So, Freunde, ich bin endlich da. Ich habe mich jetzt mal in eine ruhige Ecke verzogen. Das ist so ruhig, wie es geht, hier bei irgendwelchen Automaten. Ich bin gar nicht so kaputt, wie ich dachte. Der Flug war mega ruhig. Alles mega entspannt. Ich konnte ein bisschen schlafen. Mir geht es richtig gut. Mein Koffer ist ein bisschen kaputt. Den haben sie hier irgendwie ein bisschen kaputt bekommen. Ja, das ist nicht so geil. Aber hey, ansonsten war alles gut. Ich habe jetzt noch nicht gecheckt, ob drinnen im Koffer alles okay ist. Aber ich muss sagen, mir geht es wirklich top. Ich bin happy, dass ich jetzt wieder hier bin mit den ganzen geilen Automaten. Die Preise sind ein bisschen teurer geworden, aber liegt vielleicht daran, dass es am Flughafen ist. Nach und nach. Ich bin auf jeden Fall mega happy, dass ich jetzt hier bin. Jetzt muss ich eine Zugverbindung finden und dann zu meinem Airbnb, wo ich dann eine Nacht erst mal bleibe. Also jetzt erst mal Zug finden und zum Airbnb. SIM-Karte, die eSIM, die ich gemacht habe, funktioniert übrigens. Ich habe für 11,50 Dollar mir eine eSIM-Karte eingerichtet. Scheint zu funktionieren. Jetzt suche ich erst mal eine Zugverbindung. Das ist hier mitten, Winkutown heißt das hier. Das ist hier mitten im Nichts. Hier ist niemand. Und ich muss jetzt noch ziemlich lange zu meinem Airbnb laufen. Also das heißt ziemlich lange, aber der Koffer ist halt schwer. Und es ist heiß, Leute. Es ist einfach über 30 Grad heiß. Ich schwitze. Es ist muschi-azui, wie man sagt. Also so schwül warm. Es ist richtig abnormal heiß. Und ja, ich werde jetzt zu dem Airbnb latschen. Mir das angucken. Dann werde ich ja wahrscheinlich morgens früh wieder hier her latschen, um dann hier in die Bahn zu steigen, um nach Takahama zu fahren. Also ich werde jetzt erst mal gucken, dass ich mich hier zurecht finde. Das ist hier wirklich ein bisschen mitten im Nichts. Das fette Riesenrad habt ihr gesehen. Und ich muss mich erst mal sortieren. Das ist so geil. Es ist, als wäre ich wieder back home, Leute. Ich bin wieder back. Beste Land der Welt. Freunde, was soll ich sagen? Er ist wieder da. Er ist wieder da. Der Abenteurer, der mit seinem Koffer durch die Pampa läuft. Er ist wieder da. Ich bin fit. Ich bin happy. Ich bin gesund. Es geht mir gut. Du kannst mir erzählen, was du willst. Es liegt bei mir am Ort. Es liegt bei mir am Ort. Ich habe es jetzt festgestellt, immer und immer wieder. Es liegt bei mir am Ort. Steckst du mich an den richtigen Ort, geht es mir gut. Und ich glaube daran, dass es bei euch genauso ist, dass es bei allen Leuten so ist. Dass wir das nur viel zu krass ignorieren. Ich hätte diese Entscheidung vor 15, 20 Jahren treffen sollen, hierher zu ziehen. Ich habe es vermasselt. Jetzt muss ich es irgendwie nachholen, irgendwie versuchen. Haltet eure Träume nicht zurück, Leute. Wirklich, ihr müsst es versuchen, wenn ihr irgendwas wollt. Scheißegal, wie hart. Scheißegal, wie viele Konsequenzen. Ist völlig egal. Ihr müsst es versuchen. Ich fühle mich direkt besser. Ich fühle mich direkt gut. Ich liebe dieses Land und ich bin einfach nur gerade super dankbar und super glücklich. Ich habe viel investiert, um das möglich zu machen. Ich habe mich finanziell extrem zusammengerissen. Ich habe viele Leute enttäuscht mit der Entscheidung. Es gibt viele Konsequenzen, die diese Entscheidung mit sich zieht. Aber es spielt keine Rolle, Mann. Wenn der eigene Traum wichtig ist, spielt es leider alles keine Rolle. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile unterwegs. Aber ich bin topfit. Es geht mir richtig gut. Ich bin einfach nur happy. Japan ist wie immer überfordernd. Die Luft, die Menschen, die Geräusche. Ich laufe hier gerade so eine tote Straße lang. Es ist alles wie gewohnt, als wäre ich nach Hause gekommen, Mann. Ich bin so happy gerade. Ich muss echt mich erst mal beruhigen. Die ganzen Emotionen erst mal sacken lassen, verarbeiten. Aber ich wollte auch jetzt erst mal einfach noch mal was aufnehmen, obwohl es noch so frisch ist, bis die Emotionen so frisch sind. Ach, fuck. Ich kann ruhig. So, Handy-Akku neigt sich auch dem Ende zu. Aber schaut mal, wo ich bin. Ich bin hier wirklich mitten im Nichts. Aber die warten jetzt, ob ich da rübergehe. Und das ist jetzt hier in der Seitenstraße. Das ist extrem wild. Also ich bin gespannt. Was soll jetzt hier drin irgendwo sein? Ich bin gespannt, Freunde. Ich muss das jetzt erst mal finden. Hier ist auf jeden Fall ordentlich was los. So eine typische Industrie-Osaka-Gegend. Hier gibt es auch nichts. Also ich muss heute noch mal zum Kombini. Aber ich muss jetzt erst mal nach dem genauen Standort gucken. Okay, ich glaube, ich habe es gefunden. Das müsste das hier sein. Alter, das ist mitten im Nichts. Also wirklich hier Süd-Osaka. Süd-Osaka-Lokale-Gegend. Das müsste es sein. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich da reinkomme. Okay, ich habe mich getäuscht. Das ist es. Ich bin jetzt hier ein paar Mal im Kreis gelaufen. Das ist hier stockduster, wie ihr seht. Das ist wirklich so eine ganz lokale Gegend. Das ist es. Jetzt muss ich die nur noch kontaktieren irgendwie, weil ich da nicht reinkomme. Oh, ist mir heiß. Okay, ich bin jetzt hier. Ich bin komplett durchgeschwitzt. Aber ich muss irgendwie noch ein paar Sachen machen, bevor ich dann hier die Box freischalten kann, um dann ins Zimmer zu kommen. Ja, mal gucken. Ich bin auch schon super hungrig, muss ich sagen. Muss ich mich jetzt erst mal kurz mit beschäftigen, auf jeden Fall. Also hier ist auch gleich mein Raum. Schlüssel habe ich jetzt. Wenn wir das mal zusammen machen. Mir ist so heiß, Leute. Es läuft einfach überall. So rum. Och. Okay. Oh, okay. Ach doch, Fenster sind da. Aber es ist zu, alles. Ja, okay. Ganz kleine Bleibe. Einfach nur für eine Nacht. Wild. Ich bin durch. Ich schritze. Ich werde mich jetzt sortieren. Toilette. Kurze Hose. Einrichten. Kombi. Freunde, ich weiß, ihr könnt vermutlich überhaupt nichts sehen. Aber hören ist in dem Fall auch wichtiger als sehen. Ja, ich fahre jetzt eine Weile im Zimmer. Habe Klimaanlage angemacht. Ich habe mich ein bisschen akklimatisiert. Habe meine Strecke für morgen rausgesucht. Habe Familie und allem Bescheid gesagt, dass ich jetzt angekommen bin. Ich mache mich jetzt gerade nochmal auf den Weg, weil ich mega Hunger habe und noch was essen muss auf jeden Fall. Und ich wollte diesen Vlog mehr oder weniger wirklich nochmal mit, ja, einer Message einfach an euch abschließen. Also mir ist halt wirklich bewusst geworden über die letzten Jahre meines Lebens, dass ich halt lange ein Leben gelebt habe, was ja abhängig war von Entscheidungen von anderen Leuten. Ich eigentlich, ja, wusste, was ich brauche und was ich will. Aber es mir halt immer nicht genommen habe, weil ich immer Angst hatte vor den Konsequenzen. Was passiert, wenn ich mir nehme, was ich brauche? Dann bin ich alleine oder ich lasse jemanden im Stich. Und ja, bin jetzt 33 und muss wirklich gestehen, ich habe viel erlebt, ich habe viel gemacht und ich würde mein Leben so nie in dem Sinne bereuen wollen. Aber ich muss wirklich sagen, dass es doch einige Entscheidungen gibt, die ich hätte besser treffen können und die ich jetzt nachträglich leider später erst treffen kann. Und das ist natürlich viel mühseliger, als sie in jüngeren Jahren zu treffen. Und ich kann wirklich nur an euch appellieren, dass ihr euch nicht zurückhaltet. Ja, und wirklich das macht, was ihr braucht für euch selber, Mann. Egal, was das erstmal an Konsequenzen für andere bedeutet. Es ist halt manchmal einfach so im Leben, dass man irgendwie sein Glück finden muss. Ich kann euch nur sagen, dass ich mich Bombe fühle. Das Airbnb ist auch wieder so ein mystisches Ding, wo irgendwie, keine Ahnung, und du könntest mit einer Büroklammer alle Türen aufmachen. Und trotzdem fühle ich mich sicher, trotzdem weiß ich, mir wird nichts passieren. Ich könnte hier jetzt mit 20.000 Euro Bargeld rumlaufen. Ich bin hier mitten im Sack, die gleiche Gegend, irgendwo anders. Und ich würde schon wieder nur rechts und links gucken, gefühlt. Und hier, ja, ich mache mir hier keinen Kopf. Guck mal, ich laufe jetzt hier in so eine Baustelle rein. Und ich muss wirklich sagen, das gibt mir ganz persönlich, als jemand, der vielleicht auch ein bisschen vorbelastet ist mit bestimmten Ereignissen, die passiert sind und so weiter und so fort. Es gibt mir einfach die Freiheit, mich zu entspannen. Ich bin völlig entspannt, ich bin ein ganz anderer Mensch hier. Ich bin einfach ein ganz anderer Mensch hier. Meine ganze Kreativität ist wieder da. Mein ganzer Tatendrang, mein Spirit ist einfach wieder da. Und ich bin einfach happy und ich wollte das mit euch teilen. Ja, wollte euch einfach vielleicht auch mal sagen, ja, dass nicht immer alles so ist, wie man es denkt, oder dass nicht alles immer so einfach ist. Dass die Reise für mich zum Beispiel hierher, wie ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, auch mit vielen Kompromissen verbunden war. Nicht nur finanzielle Kompromisse, auch anderen Menschen gegenüber. Dass es einen gewissen Schaden hinterlässt. Dass es aber halt am Ende des Tages leider nur mal so ist. Diese Reise fiel mir auch nicht einfach. Ich habe ja gesagt, dass ich ein bisschen Medikamente nehmen musste, weil mir jetzt immer alles sehr auf den Magen geht, auch stressmäßig und so. Ich bin halt da sehr sensibel, sehr anfällig. Aber jetzt bin ich hier und es ist einfach nur geil. Und ich werde jetzt tatsächlich... Wo ist der Laden? Wo ist der Laden? Ich wollte irgendwo... Ist das der hier, der Kleine? Hier ist irgendwo ein Geschäft, wo ich jetzt was essen gehe. Ich habe jetzt Hunger. Ich bin jetzt in Japan, ich bin endlich angekommen. Freut euch auf mehr Content. Es wird auf jeden Fall einfachen Content geben. Nichts zu kompliziertes, damit ich überhaupt was liefern kann. Ja, ich werde jetzt versuchen, irgendwo was zu essen. Ein Plätzchen zu bekommen. Mein rostiges Japanisch wieder ein bisschen aufzufrischen. Und wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Ich bin da.